Platz da! Dass die schon mit Executor kommen! Das habe ich jetzt gar nicht gerechnet, damit habe ich gar nicht gerechnet. Ich wollte Fehler mal unbedingt auf die nächste Stufe bringen, auf Stufe 4, dann kann ich Armbrustschützen machen. Die sind mir sehr hilfreich, vor allem im Kampf gegen diese ollen Roboter. Machen 220 Schaden oder sowas, aber die haben Rüstungsdurchdringung und das ist sehr gut. Vor allem bei denen natürlich, weil die haben eine ziemlich gute Abwehr gegen Fernkampf vor allem. Nächste Aufgabe! Nächste Aufgabe! Nächste Aufgabe! Extra für dich! Was für'n Spaß! Geht's los? Ich will kämpfen! Es ist eine Ehre! Es ist eine Ehre! Allzeit bereit! Los geht's! Hey, wo erwartet ihr? Sie dürfen nicht entkommen! Ja! Ich stehe in eurer Schuld! Meine Kraft für euch! Eine kluge Bank! Das wird funktionieren! Cole frisst da jetzt am meisten Schaden. Aber ja doch! Weil er so, eigentlich echt, überhaupt keine Panzerung hat. Auf geht's! Wild Sau! Nächste Aufgabe! Und da kommt schon die nächste Welle an Gegnern. Was gibt's zu? Geht's los! Geht's los! Da lang! Dich geh vor! Ausgezeichnete Wahl! Blitzschmerz! Rauslauf! Rauch dich! Ich wollte es mit dem Executor unbedingt weghalten. Platz da! Und los! Wobei, die kommen wahrscheinlich mit denen schon, weil ich hier in Torre 3 bin. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Was ich mir mal erst mit vorstellen kann. Okay. Hey, woher warst du hier? Ja, die sind mal, die sind noch nicht passiert! Nein, ich habe da einen. Ich finde den Weg. Ich finde den Weg! Ich finde den Weg! Ah, was war da? Soll ich ein Talzloff jetzt eine Taverne bauen? Kohl, Bela, Stina, Adlaz und... Nö, ich hätte nicht noch Stufe 3. Okay. Jetpack-Krieger. Und Armus-Chef. Jetpack-Krieger sind cool, weil Jetpack-Krieger sind. Das sind Krieger, die ein Jetpack besitzen. Und die sind richtig cool. Oh yeah. Wie ich habe anhört. Die haben ein Jetpack. Oh yeah. Oh yeah. Es gibt eine Welt, die ist eure Seelie. Und ja, das kommt von Route. Rute. Ähm... Leben hinter Glas. Finde ich toll. Habe ich auf dem Handy auch. Mag solche Lieder. Es gibt eine Welt, die ist eurer See, die ich... Eigentlich unterscheiden die ich wenig. Eure ist voll... Unsere ist voll, was auch eure ist voll. Ich habe eine Idee. Hört sich gut. Es gibt keinen Luft. Ja bitte. Was sollt funktionieren? Ja bitte. Was hast du vor? Was ist... Es sind zwar recht wenig da, aber... Sie haben trotzdem immer noch einen Exekutor. Und der kann Schaden machen. Viel Schaden. Ich kümmere mich darum. Lässt dich machen. Ja, geht mir aber, erinnert mich irgendwie an zu Sturmtruppen aus Star Wars. Und da hinten sind wir in einer Basis schon gelandet. Hört sich gut. Eine kluge Entscheidung. Es war ja nur eine Frage. Es war ja nur eine Frage der Zeit. Wann sie vor allem mit zwei Exekutor. In meiner Basis. Ah, sie ist gut. Sollte ich mir nochmal schön mit dem Erzreden wohnen. Grabt sich der Erzreden mal schnell. Was gibt's nicht gut? Was gibt's nicht gut? Stets bereit. Was für ein Spaß. Oh, die Puller. Oh, die Puller. Kantus, äh. Macht seid bereit. Da greifen mich. Ich sieh's an. Hier bestimmt nicht. Natürlich. Beschützig. Logisch. Logisch. Und schon wieder kommt, und da kommt schon wieder die nächste Welle. Mächtige Kavallerieeinheit. Ich stehe in eurer Schuld. Erzrede. Wird hochgestiftet. Da lang. Okay. Bereit zum Auslaufen. Hätten die da unten vielleicht noch Platz, oder Bedarf, führen? Neues. Nein. Schade. Ich muss mich gleich wieder da bauen. Arbeit ist bereit. Ja. Hey, wo erwartet ihr? Ja. Los geht's. Komm, Bruno. Einsatz frei. Eier. Bereit zum Auslaufen. Geht's. Geht's klar. Das Wäscherboot ist laut. Was ist dein Wunsch? Hm, ich speichere schon mal. Mein Hands speichert. Ja. Ich habe eine Idee. Ja, das hört sich gut an. Was für ein Spaß. Was? Ich bin da hinten da. Ja. Ja. Das geht. Steuerwagen. Damit ihr es wisst, ich hatte die Gefängnisinsel. Ja. Ja. Das hier. Weiß mich angreifen können. Volles Segel. Ja. Ja. Verstanden. Wo der gesagt hat, weiß ich, die Schaf immer nutzen, mich anzugreifen. So würde ich mal sagen. Oh, und ich sollte noch ein. Das denke ich nicht. Rino, ich ist Kampf Rino. Ah, alles klar. Deine Kluge, ich schau mal. Ich kümmere mich darum. Ich will kämpfen. Extra für dich. Boom, baby. Was ich zutun. Was ich zutun. Ja. Allzeit bereit. Mehr als präzise. Nächste Aufgabe. Und los. Was für ein Spaß. Was gibt es zu tun? Nächste Aufgabe. Ja bitte. Ausgezeichnung. Macht euch bereit. Okay. Wie wie. Ja. Na, alles klar. Endlich Action. Und los. Ich habe eine Idee. Nächste Aufgabe. Ich glaube, die hätte ich in der letzten Mission auch schon wirklich früher machen sollen, die Rino-Wort-Liste. Nächste Aufgabe. Kommt. Auf dem Weg. Plaster. Ich gehe vor. Was gibt's zu tun? Jetzt hole ich mir noch einen Tempel. Sag jetzt nicht, der Tempel passt dann nirgendwo hin. Shit. Aber ja. Musste sein. Was für ein Spaß. Da warte mir viele. Überhaut nach Bord. Fertig. Oh, lieber Gott. Oh, die haben schon eine Wehrspinne. Und die nur natürlich auch, ich um mich anzukriegen. Das war sehr klar. Was für ein Spaß. Ich gehe vor. Kommt. Okay. Hey, wo erwartet ihr? Ich gehe vor. Kommt. 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 Ich gehe vor. Und die werden hier unten rauskommen. Da lang. Ich gehe vor. Wie ich schon gesagt habe. Toll, du greifst die Wehrspinne an. Wela, du greifst sie auch an. Und der Röst einfach auch. Was ist zwar ein Sinn nicht. Kannst du da so ein Kessel der Macht bauen? Ah, hier. Okay. Ich glaube, wir den Fernkepper wenigstens uns Schadensbonus geben. Ich stehe in eurer Schuld. Ich stehe in eurer Schuld. Ich stehe in eurer Schuld. Neues Zeitalter. Ich zeige die Poche. Raffiniert. Der Rad der Druiden steht zu euch. Bei den Göttern. Was ist zu tun? Also Flächenschaden und Gegner für Boden schlagen habe ich beides zu klaren. Richtig Rippe. Wird nur gespeichert. Hans speichern. Ja. So, jetzt habe ich jetzt nachgeguckt, ob es läuft. Scheint alles momentan gut zu funktionieren. Ein Arbeitsmammut werde ich mir zu holen. Was für ein Spaß. Da lang. Ich gehe vor. Profiler Schütze bereit. Was für ein Spaß. Okay. So. Habe ich ja alles. Großenturm habe ich. Jemand einen Arbeitsmammut besellt. Kleine habe ich. Arbeitsmammut habe ich jetzt auch. Sehr gut. Die Testmarke sehe. Ich würde euch jetzt nehmen und nach der hinten stecken. Platz da. Okay. Da sind noch so ein paar Kanu tauren. Ich würde Kranosaurier sagen. Okay. Das bedeutet Stillstand. Ich gehe vor. Kommt. Da lang. Alles klar. Okay. Jawohl. Na, alles klar. Auf dem Weg. Bei Kanu taurus, was kommt mal was anderes. Das heißt, ich nehme. Äh. Kanu saurier. Na, Kanu taurus. Ne. Na, ja. Habe ich mich nicht vertan. Ein Wunder. Lass ich mich mal nicht vertue. Da kommen die Schiffe. Da kommt die Schiffe auch schon. Problem erkannt. Problem erkannt. Und hier werde ich schon gleich wieder angegriffen. Das war so ein perfektes Timing. Das war so ein perfektes Timing. Weg, geh, 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 weg. Volles Siegel. Volles Siegel. Da machte Befehle.